Mario Müller, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Den Negativlauf habt ihr beendet. Was war heute ausschlaggebend? Ja, ich denke, wir haben heute wieder ein anderes Gesicht gezeigt. Das, was uns die ganze Saison stark gemacht hat. Wir haben gekämpft in Unterzahl. War nicht einfach, aber man hat einfach eine andere Körpersprache bei uns gesehen. Ein anderes Auftreten und dann belohnt man sich dann auch mit ein bisschen Glück, aber auch, wie gesagt, kämpferischer Leistung. Und das war einfach der Unterschied zu den letzten Wochen, denke ich. Habt ihr heute auch ein bisschen davon profitiert, dass Pirmasens sehr nervös und gerade vor eurem Tor auch umständlich agiert hat? Ja, ich sag mal so, wir wussten, dass für Pirmasens noch um einiges geht. Nichtsdestotrotz wollten wir unser Spiel spielen. Was der Gegner macht, ist dann zweitrangig. Wir haben super dagegen gehalten. Ob sie jetzt nervös waren, wie nervös sie waren, war für uns dann relativ egal. Sondern wir haben geguckt, dass wir unser Spiel machen. Das ist uns heute nach langer Zeit mal wieder gelungen. Und dann haben wir uns dementsprechend auch belohnen können. Ihr habt relativ wenig Zeit gebraucht, um mit der Situation des Unterzahlspiels klarzukommen. Ja, ich denke, wie gesagt, die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Und dann mit so einer roten Karte. In den letzten Wochen gab es immer einen Knackpunkt in unseren Spielen, wo wir auch eine negative Reaktion gezeigt haben. Heute kam relativ früh die rote Karte. Und dann haben wir uns auch als Mannschaft zusammengerafft. Haben gesagt, heute ist das kein Knackpunkt, sondern im Gegenteil, wir schöpfen daraus Kraft. Und haben direkt den Schalter umlegen können. Und da muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, denke ich. Jetzt noch ein Heimspiel gegen den SV Spielberg. Dann das Rheinland-Pokalfinale. Dann ist die Saison zu Ende. Kaderplanung ist schon relativ weit fortgeschritten. Wie und wo geht es für Mario Müller weiter? Wie Sie sagen, es sind noch zwei Spiele, zwei Pflichtspiele. Die Gespräche mit Trier sind ehrlich, sind offen, sind sehr gut. Nichtsdestotrotz will ich erst nochmal die Saison durchspielen. Und danach können wir uns alle in Ruhe zusammensetzen. Und dann werden wir sicherlich eine Lösung finden.